Moin Moin in der Computerstube an der Schwentine. Ich hatte eben gerade noch gesehen, das Mikrofon ausgeschaltet, aber gerade noch bei der Eröffnung gesehen. Wir spielen heute Tag 24. Ich muss feststellen, dass ich von den Dingern nur noch 61 hab. Es geht doch nur über 300. 100. Ich kann das nicht mehr sehen. Ich kann das nicht mehr sehen. Ich kann das nicht mehr sehen. Ich sollte ne Pille nehmen, also mit 3 Gesundheit, das sieht ganz schlecht aus. Ach, da laufe ich über der Kurier-Tasche. Ach, da laufe ich über der Kurier-Tasche. Ach, da laufe ich über der Kurier-Tasche. Wenn ich mir hier meine Sachen anschaue, sollte ich, glaube ich, mal den Holzknüppel erneuern. So, Kühlschrank läuft. Der ist offen. Munition. Was finde ich denn? So, wieso? Okay. So, äh, abschliessen. Ess mal was. Ess noch mal was. Trenn noch mal was. So, KV Automat. 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 So, da kriegen wir noch ein bisschen Holz. So, KV Automat. Scheiße, ich sehe gerade, ich sollte auch noch das Gebiet säubern. So, KV Automat. 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 Munition, natürlich nicht die ich brauche. Medizinische Vorräte. So, was schickt der? Ganz viele andere, die ich schon kenne, ein bisschen zu essen. Ne, da sollte ich nicht lang. Geh ich da hinten raus. Geh ich da hinten raus. Ja, nicht hier. Das Fuckeln ist das unberührt. Ach da. Wie ist das? Wie ist das? Ja. So. Dann gucken wir mal. Das kann hier bleiben. Was will ich denn alles behalten? Das kann hier bleiben. Das soll zum Händler, das soll zum Händler. Das bleibt hier. Knochen können auch hier bleiben. Das behalte ich mal anders. Ich kann mal einmal Kaffee rausnehmen. Ich glaube die können auch einmal raus. Kann ich mal hier von welcher weg packen. Das bleibt. Das bleibt. Das bleibt. Das bleibt. Es bleibt. Es bleibt. Federn bleiben. Ich kann auch nochmal 10 Verbände raus. Da kann nochmal ein bisschen Wasser raus. So. Ein Kochtopf kann raus. so. So. Blaubeern. da hin. Und da hin. hier. Die können auch mal Fisch-Tagos. Die meisten Kolben können erstmal hier bleiben. Katzenfutter kann hier bleiben. So. Die Armpost nehme ich erstmal raus. Die Munition auf. Die auch. Ich lass mal ein bisschen von den Dingern hier. Was ist das hier? Das war's. Das finde ich interessant immer wieder. Die kann ich zur Zeit nicht unterbringen. Der Rest ist Material. Tücher, Papier, Hülsen, das Blei, Kleber. Das war's. 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 ungelesen des Films. Was sieht nicht danach aus? Was sieht gerade aus? Was sieht gerade aus? Untertitelung des ZDF, 2020 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 So, das ist nur Vorräte holen. So, das ist nur Vorräte. So, einfach mal durchsuchen. So, das ist nur Vorräte. 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 Bücherregale. Brennender Schaft. Brennender Schaft. Was brauche ich? Geschmiedeter Stahl. 5. Kleber 5. Öl 5. 50 Benzinkanister. Das sollte ich doch hinbekommen. gut. Die Träume. Schaft. 2. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Ja. Gut. Why am I bed? Das war's für heute. Okay. 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 Let's go. Okay. 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 Oh, medizinische Vorräte. Oh, medizinische Vorräte. Oh, medizinische Vorräte. Oh, medizinische Vorräte. Ich fahre mal kurz zum Händler. Oh, medizinische Vorräte. 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 So, also als erstes werde ich mir mal die Sachen holen. Oh, medizinische Vorräte. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 So, dann werde ich jetzt mal kurz nach Hause fahren. Was für eine Box habe ich eigentlich bekommen? Drei Bücherbox, die öffnen wir mal. Ich habe jedes Buch einmal, also jede Reihe, mindestens ein Buch gelesen. Das ist doch schon mal schön. Dann habe ich festgestellt, dass mir noch ein Punkt zur Verfügung steht. Hallo? Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. So, Pistole mit A2. So, Pistole mit A2. So. So, Pistole mit A2. 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 So, okay. So, Pistole mit A2. So, Pistole mit A2. So, Pistole mit A2. So, der Boden weicht schön auf. Die kann ich jetzt schön graben. Was ist das? So, die können? So, der Boden war. Getan. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Hühnchen ist weg. Aber Hund ist ja, gut. Nimm mal Hund. Oh, 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 oh. 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 Was ist das? Das war's für heute. 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 So. Das war's für heute. 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 das haben wir schon es 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Da ist sie noch in der Tasche. Kadaber. Geier. Ach, hier ist das Logistikzentrum. Geier. Geier. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. 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 Ein schwarzes Coupé? Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Was ist das? So, ich sollte nach Hause fahren. Das werde ich jetzt noch kurz machen. So, ich sollte nach Hause fahren. So, ich sollte nach Hause fahren. So, ein Hausrotter müsste es sein. So, ich sollte nach Hause fahren. So, ich habe zwei Kleinigkeiten zum einen. Hier verändere ich mal. Da schließen wir jetzt ab. Dann habe ich glaube ich noch einen Punkt bekommen. Gut. Ich würde sagen, das war's. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Abonniert den Kanal. Denkt an die Glocke. Und ich hoffe, dass bis zum nächsten Mal nicht allzu viel Wasser, die Schventina runterläuft. Und tschüss. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.